Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play von A Plague Tale. Hinter uns ist der Sonnenuntergang. Der sieht ganz grandios aus. Wir sind mitten im Winter im Januar. Ein Monat vergangen. Und ja, jetzt setzt sich auch mal wieder Amicia in Bewegung, dass sie da vielleicht ihre Mutter und ihrem Bruder irgendwie helfen kann. So viel Zeit später. Ich hoffe, Sie haben gut was geplant. Was ist das eigentlich für Geräusche die ganze Zeit? Hier in der Schmiede arbeitet keiner. Ja. Ach hier. Er will versuchen, glaube ich, die Kiste aufzumachen. Hände zu kalt. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melli von den Problemen mit der... Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melli wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Du weißt aber schon, dass du hier noch ein bisschen da glühende Kohle hast, ne? Hol dir eine Zange. Hier, so eine Kohlenzange. Und dann halt das da einfach ein wenig ran. Das Eis wird schon weggehen. Das Schloss wird da ein bisschen warm werden. Ja, aber das geht ja nur darum, das Eis zu schmelzen. Ne? Guck mal da. Ne? Ich wollte aber darauf hinweisen. So. Vielleicht könnte das klappen. So. Okay. Warte mal, ich kann... Da die Tür ist... Also da ist es offen. Ich kann aber auch hier lang gehen. Oh. Moment, was? Schon wieder zu? Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. Okay. Haben sie ja also ein paar Türen geschlossen, damit man Story weitergeht und nicht zu viel anguckt. Ihre Hose ist ganz schön zerrissen, wenn man so guckt. Oben hat sie ja zwar den Pelz neu, aber unten ihre feine Hose, die sie noch vom Elternhaus hat, geht kaputt. Hier geht man durch. Ach, hier ist der Baum. Au. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Ja, ja. Halt sie über das Feuer. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los. Nur Mut. Nur noch einen Tag. Nur noch einen Tag. Ja, ja. Du... Weißt du, was in einem Monat alles passieren kann? Wie kannst du dir jetzt überhaupt noch sicher sein, dass da überhaupt noch irgendjemand am Leben ist? Geil. Guck mal. Wir haben die Tür aufgemacht. Da ist der Sonnenuntergang und der scheint hier richtig schön rein, ey. Boah. Guck dir das an. Wie geil ist das denn? Bleiben wir die Tür zumachen. Geht das auch? Nein. Türen zumachen geht leider nicht. Dafür sind die steif gefroren. Okay. Aber guck mal, wie viele Sachen jetzt hier rumstehen. Die haben sich richtig eingerichtet, ne? Viel mehr Möbel und so. Die ganzen Regale. Tische hingestellt hier, als ich das letzte Mal da war, war das hier nicht so viel. Da haben wir ja hier noch geschlafen. Aber selbst hier ist jetzt, äh, einfach Schnee drin. Der hier von oben kommt. Haupttür. Äpfel. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Ugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Äpfel. Warum so viele? So lange halten die sich auch gar nicht. Stoff. Nice. Salpeter. So, ich hab grad noch ein Werkzeug gefunden draußen. Mal gucken, ob ich da was brauchbares bauen kann. Nein, nur Behälter unten. Die brauch ich nicht. Keine Behälter. Noch mehr Salpeter. Huch, ist auch noch was zu essen. Die Suppe. Wer war noch mal dran? Melly? Nein, dafür riecht sie zu wenig nach Pfeffer. Okay. Die wechseln sich also ab mit Essen, Kochen und so. Schön. Ah, noch was? All diese Sachen. Ach so, wieder die. Ich erinnere mich an jeden Ort. An jeden Moment. Ja. Die Geschenke, die ich gefunden habe. Noch mehr Leder. So. Hinten könnten wir auch noch hochgehen. Ach so, hier ist das Alchemielabor. Ja, hier könnten aber auch noch Sachen liegen jetzt. Ja. Überall haben sich hier wieder Sachen hingelegt. Es ist also notwendig, hier einfach mal den Rundgang zu machen. Lukas hat hier wieder die Nacht verbracht. Es erinnert ihn sicher an die Zeit, als er bei Laurentius wohnte. Ja, lass ihn doch. Wenn er hier gut schlafen kann. Lukas muss mit dem Büchersammeln aufhören. Bald liegen sie überall herum. Ist aber wichtig für ihn. Lukas Gesicht, als er dachte, das große Werk vollbracht zu haben. Und Hugo. Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Ja. Lange her, ne? Für sie schon. Für uns nicht so. Noch was? Ne. Weil ich hoffe ja noch, dass ich noch das hinkriege, dass ich die Schleuder maximieren kann. War hier unten nicht das Grab nur? Da pfeift der Wind aber wieder durch hier. Da liegt auch noch was. Ist doch unglaublich. Aber die waren dann hier unten. Die Bänke standen noch vorher nicht bei dem Grab hier unten, oder? Nö. Das war alles leer vorher. Das haben die sich hier eingerichtet. Bitte. Wenn du weißt, wo Hugo ist, hab erbarmen und sag es mir. Oder wache über ihn, wenn du kannst. Die haben sich hier in diese kleine Kapelle eingerichtet. Aber jetzt mal ernsthaft. Als wir letztens mal hier waren, der Sarkophag war ja da. Guckt euch mal diesen Altar an. Der ist aus massivem Stein. Wie haben denn die Kinder den hier runtergekriegt? Die Holzbänke, okay. Die lassen mir noch gefallen. Aber dieses Steinteil hier? Naja. Das, ähm, glaube ich denen jetzt nicht. Ich kann nicht sprinten, leider. So, erstmal wieder hier hoch. Wer ist denn da am Reiern, ey? Jetzt war ich ja eigentlich überall, ne? Ja, da ist er mit seiner Kiste. Ach guck mal, hier liegt auch noch was. Oh, was machst du denn hier? Oh, ne Plume! Mit dem Hugo hätte dich finden sollen. Haben wir noch gefunden. So, Steinbrech. Okay. Kenn ich nicht. So, den Steinbrech findet man häufig in kalten Gebirgslandschaften, wo er in felsenischen Schutz vor dem Frost sucht. Er steht für Unausweichlichkeit und Verzweiflung. Sein Name geht auf den Umstand zurück, dass man früher annahm, er könnte bei der Auflösung von Nierensteinen helfen. Aha, deswegen auch der Name Steinbrech, Nierensteine und so. Hmm. So, dann muss ich da in dem Bereich nochmal runtergehen. Da war noch was dann. Ach, da ist es. Ich habe hier genug Teile gesammelt und kann hier, also ich könnte theoretisch hier Ausrüstung machen, aber auch hier Bänder. Ja, wobei Bänder war, glaube ich, gar nicht so wichtig, oder? Die Schleuder schießt jetzt laut los. Hmm. Eigentlich finde ich den Beutel hier besser. Er ermöglicht zwei aufeinanderfolgende Schüsse ohne Schussvorbereitung oder Nachladen. Das ist noch wichtiger als Bänder. Was war noch bei Ausrüstung? Amicia braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Und das Letzte. Amicia braucht kein Werkzeug mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Hmm. Ist aber auch alles echt teuer. Lautlose Schleuder. Ach, kommen Sie mir das mal. Das könnte vielleicht jetzt... Wer weiß, wo ich jetzt hin muss. Hmm. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, ja. Echt dufte. Hier draußen war ich noch nicht. Ist ja alles zu. Roderick konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Aber an was arbeitet er denn? So, dann sind wir durch. Müssen wir jetzt in den Innenhof. Die anderen treffen. Ah ja, da hört man sie schon. Die Zwillinge. Was, wenn, was, wenn, was, wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh. Ähm. Hallo, Amicia. Hallo? Tut mir leid. Störe ich? Ähm. Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hört zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du Nervtüten bist. Deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Okay. Erreiche den Wald des Chateaus. Abgeschlossen. Schließe zu Arthur auf. Der steht genau vor mir. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... Dem hier an. Ja, genau. Mit dem hier? Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Oh, oh. Da sind Stimmen. Eindringlinge. Da oben. Ach nee, das ist... Ah nee. Quatsch, das ist Rodrik. Ey, ich mache mir schon Sorgen. Ich höre das Stimmen. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal. Ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held. Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. So, der gute Rodrik ist da... Am fluchen die ganze Zeit. Ich lasse hier, sie werden schon Eindringlinge, ey. Ist ja auch laut. Du magst das, Ignifer, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. Jeder kann hier mit Alchemie umgehen jetzt. Alle haben das beigebracht bekommen. Machen wir immer... Weil die Sonne untergeht hier das Feuer an. So, mir reicht's! Ähm, alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut! Ich krieg das schon noch hin! Hey, beruhige dich! Wenn du alles kaputt machst... Geht doch! Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ja, probiert's mal aus! Schon dabei! Welcher ist der Nächste? Aha. Haben sie sich aber auch... Monat lang vor Ratten sauber gehalten. Also, dass sie auch nicht weggekommen sind. Übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Mach das! Wenn du so weit bist. Hey, geht es dir gut? Äh, ja. Warum? Das war ziemlich... Heftig. Die Fußtritte! Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt. Da er... Egal. Ja. Wie steht's mit dir? Oh. Mir geht's gut. Mir fehlt der Knirps auch. Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik. Das ist sinnlos. Es ist schon ein Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Jupp. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Liebste Amesia, erlaub diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bart. Du stinkst. Hahahaha. Welch lieblicher Minnesänger ihr doch seid. Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Die System gibt es aus gutem Grund. Linken oder rechten Rand? Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wald. Ich zünde die hier an. Da soll ich hin? Okay. Dann ist er wieder runter. Nein, nicht hier runter. Nicht hier runter. Da komm ich nicht rüber, oder? Doch, ich kann doch hier rumlaufen. Hier. Oder? Ja. Muss ich nicht durch die Grube. Kann ich hier die Steine noch mitnehmen? 14. Oh, hier noch mehr. Im Ernst. Hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren. So groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen. Das ist kein Scherz. Ich stell mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Ehrlich. Das war unglaublich. Überall Ratten. Frau Kamistia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben. Und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denke drüber nach. Na ja, der Karren, den er bei anderen Wiesen geschoben hat, das hat er ja wirklich alleine gemacht. Hören wir hier die Gespräche. Jeder versucht irgendwie, den einen oder anderen zu beeindrucken hier. Sie kommen sich immer näher. Hey, da läuft noch das Zeug. Stimmt, was nicht? Okay. Waren das die Ratten oder Explosionen? Unmöglich. Holy shit. Verdammt. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Arthur. 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 Amistia. Lauf. Komm rein. Wie konnte der Graben überlaufen? Das ist noch nie passiert. Scheiße. Scheiße. Ich hab noch nie so viele gesehen. Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutz dein Feuerwetten. Ich warne dir auf meiner Seite einen Weg. Die Leiter da erreichen. Alter, das ist das einfach... Ihr habt ja gesehen, wie tief diese Grube war, ne? Man wusste, man hat ja gar nicht sehen können, wie tief das runter geht. Und jetzt ist das Ding voll. Das sind doch alles schwarze Ratten, aber... Ein Jahr später, die verbreiten sich noch wie blöd. Sollte wir nicht so viel Zeit lassen, glaube ich. Ich muss dieses Ding hier erstmal machen. Ich schaffe das. Das ist nicht das erste Mal. Leider nicht, ne. Ich muss da hinten ja wieder die Leiter runtergehen, ey. Eigentlich wieder fast das genau ähnlich, wie am Anfang, als wir das Chateau überhaupt gefunden haben. Nur, dass es hier doppelt so viele Ratten sind, ey. Brauche ich aber hier dieses Zeug trotzdem noch, wenn ich mehr Igni verbauen muss. Und wenn die sich auch wieder auftürmen zu Ratten-Nados, baue ich hier gleich mal sieben Stück. So. Alles mitnehmen. Siehste, das meine ich. Die wollen ja hier die Kacke ausmachen. Genau das ist das Problem. Und wie komme ich jetzt weiter? Haben wir hier Holz? Die haben die Leiter zerstört. Ich muss zu der auf den Wald. Die Leiter kaputt gemacht? Der war ja auch echt lange sicher. Ich muss zur Leiter im roten Bereich, sonst sterbe ich hier. Amicia, ich schicke dir ein Feuerbecken rüber. Versuch es zu erreichen. Gut, ich zähle auf dich. Warte, 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 warte. Nein. Hier ist doch ein Feuerbecken. Wie wär's mal, wenn du das in Bewegung setzt? Dann entzündest du das Feuerbecken. Geh in Deckung! Alter. Willst du noch mehr bauen? Fahr doch mal das Becken. Oder welches? Das da hinten ist? Amicia, geh zum Brennenden Feuerbecken! Hier brennt doch genug Feuerbecken, ey. Welches willst du denn jetzt? Ich mein, ich stand ja eben hier. Das kannst du doch noch jetzt nach da fahren. Das geht doch in Richtung Leiter. Hallo? Wo ist er denn überhaupt? Das liegen gar nicht mehr. Wenn ich jetzt jetzt das angemacht und das hier auch. Das hier. Ja, dann nimm halt das. Komm schon, du hast schon Schlimmeres überstanden. Schlimmer als das hier. Und das war's. Holy Shit. Ey. Alter, ich muss... Okay. Könnte ein wenig stressig sein hier. Versuch, es zu erreichen. Vieles bauen und viel... Du bist selber auf dich. Jetzt wollen sie's aber wissen, ey. Sieht sich mit Stein aus, hab ich schon. Hab ich. Okay. Ich will nach Hause. Ich will keine Ratten mehr sehen. So, das... Das Ding darf auf jeden Fall nicht ausgehen. Komm schon, du hast schon Schlimmeres überstanden. Das ist... Das ist... Ja, genau das darf halt nicht passieren, dass hier das kacke Ding ausgeht. Da muss ich echt da die schnelle... Aber das sind irgendwie... Eins kommt rechts raus. Die kommen halt echt so schnell raus, wie es sich hat. Ich zähle auf dich. Das ist doch wer von ihm. Hier ist ein entzündetes Feuer, Beck. Ich hab keine mehr. Ich bin in Deckung. Sehr. Ich bin nicht zu leid. Komm schon, du hast schon Schlimmeres überstanden. Die stehen bleiben. Vorne. Wenn jetzt schon... Ich hab immer... Die anderen, die von hinten kommen, sind halt immer das Problem. So, wie jetzt zum Beispiel. Ja, hab ich doch. Ich muss jetzt wieder neu bauen hier. Neun Stück noch. Das war knapp. Die Leiter hier. Ähm... Nein. Okay. Wie kommst du voran? Gut. Lieber hier oben, als da unten. Ja. Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen. Aber nicht so. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie... Angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratten. Keine Engländer. Danke. Wir wissen, was die tun. Das hab ich erst einmal gesehen. Zu Hause. Auf dem Land sind. Scheiße. Scheiße, scheiße. Bleib da stehen. Ja. Aber warum sollten die uns als da angreifen, ey? Die machen das auf Befehl hin. Dass Hugo jetzt benutzt wird für irgendwas. Was jetzt? Will er jetzt da unten stehen bleiben oder? Ach nee, er muss auch zur Leiter, ne? Jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung machen. Jetzt haben sie da das Ding ausgemacht. Er ist ja hier durchgekommen. Hier. Und jetzt müssen wir von... Müssen wir... Ähm, damit er da hinten hinkommt. Weg, 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 weg. Eben hat er ja da auch noch... Ich mich war. Das kann er ruhig mal werfen, ey. Gut, dass ich noch... Gut, dass ich vorher die ganzen Ressourcen mitgenommen hab. Warum jetzt? Nein! Wie ist das denn nebengerufen? Alter! Vorsicht! Du brennst! Habe ich ihn... Habe ich ihn gerettet? Nein. Ich habe doch gesagt, du brennst. Er hat gebannt. Ey, lass das los! Das Problem war eben, dass ich gegen die Wand geschossen hab. Das sehen... Okay, weil da jetzt er ist... Wo ist er jetzt? Er muss jetzt erst mal da. Ich habe schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie... Äh, angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratsen, keine Engländer. Aber sie wissen, was sie tun. Das habe ich erst einmal gesehen. Scheiße! Wir haben doch auf dem Land sind. So, wir können leider nur hier lang. Überlass das mir! Das gefällt mir nicht. Ich kann nicht schneller! Leider kann ich wirklich nicht schneller hier. Wir hätten einfach mit mehr Leitern aufstellen müssen. Es sind drin ja noch mehr Leitern, die sie benutzt haben für die Bücherregale. Sie haben jetzt wirklich auf mich abgesehen! Ich glaub nicht! Was passiert hier? Warum jetzt? Schon wieder diese scheiß Mauer! Kannst du einfach nicht so gut runterschießen, ey. Wir haben eine Ladung schön an die Wand gebraten hier, ey. Wo sie? Oh, ne, er ist schon oben. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt, wir hören jetzt lieben, gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Okay. Wir sind nicht mehr sicher hier. Sind euch gut? Nein! Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein! Wir müssen hier weg! Aber... Die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Die sind schon da. Hier lang! Schnell! Das ist... Senior Nikolas. Dann benutzen sie jetzt die Fähigkeit von Hugo. Da ist er. Als Waffe. Geh! Tu, was getan werden muss. Alter, wie schwarz seine Arme sind. Ego! 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 Das war Ego! Eri, was machst du an der Tür? Ganz sicher! Sie geht nicht nach! Was haben sie mit ihm gemacht? Aus dem Weg! Die Ratten! Er... Er hat... Er kann sie kontrollieren! Da! Mit der Makula! Bitte schön! Wo kommt man da hin? Keine Panik! Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Ja, er kann sie... Er kann sie kontrollieren. Und sie haben ihn gebrochen. Ich muss mit Ego reden! Ich kann... Wahrscheinlich, weil sie seine Mutter... ...dennoch... ...zusätzlich noch gefoltert haben. Oder er musste sich das ansehen. Oder keine Ahnung. Jetzt macht er das, was von ihm verlangt wird. Geh durch! Nein! Nein! Eie, aber was wollen sie denn noch von den Kindern? An die Arbeit! Ego! Ego! Töte sie! Oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen! Ego! Ich bin's! Amicia! Deine Schwester! Töte sie, Kind! Und dann behält Vitalis mich vielleicht an seiner Seite! Geh zurück, um Nikolas zu fliehen! Ego! Nein! Nun komm, Junge! Sie bedeutet dir nichts mehr! Ich sehe mich ruhig in dir! Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Ego! Nein! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast! Ich? Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein! Was? Nein! Ego ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Arme des Großinquisitors! Atul jetzt! Stirb! Ihr werdet in der Hölle schworren! Die Steine! Nette Fallen gebaut hier! Nicht schlecht! Wir haben den Bastard! Amesia! Arthur! Sieh nach, ob er tot ist! Ich muss... ...muss mit Ego sprechen! Geh! Ich kümmere mich um ihn! Ego? Ich will nur mit dir sprechen! Er kann dir nichts mehr antun, Ego! Guck mal! Schon gut! Ich bleibe stehen! Du kannst herkommen! Komm! Du hast gelogen! Nein! Nein! Ich... Ego! Ich wollte... ...dich beschützen! Ich... ...bitte! Du hast gelogen! Nein! Die Schwelle! Amesia! Du hast es geschafft! Nein! Arthur! Ah, nein! Für euch habe ich keine Verwendung mehr! Fliehe vor Nikolaus! Ja, ja! Okay! Puh! Was für ein Angriff hier! Hugo und Amesia sind wieder vereint! Er hat die Schwelle über... ...übertreten! Aber was... Was ist denn jetzt denn, äh... ...seine Fähigkeit? Kann er noch die Ratten kontrollieren? Irgendwie sind die eben alle geflüchtet! Oder er hat sie vernichtet! Er brauchte die Schwester! Er brauchte seine Schwester, um die Schwelle zu überschreiten! Das hatten die, die, äh... ...von der Inquisition ja auch mal irgendwie angedeutet, ne? Dann brauchen wir seine Schwester, damit er die Schwelle überschreitet! Die Frage ist nur, zu was hat das jetzt geführt? Was kann er jetzt? Und Arthur! Arthur hat sich geopfert! Ne, ne, was hat sich geopfert? Er ist leider abgestochen worden! Fies! Und ein unbewaffnetes Kind zu töten! Wahnsinn, Inquisitor! Ey, du bist der Tollste! Okay, Leute! Ganz schön was los hier in der heutigen Episode! Es geht morgen weiter mit, äh... A Black Tale! Und ihr seht, es geht spannend weiter! Nämlich hier das Kapitel Töte, Nikolaas! Mal gucken, wie wir das anstellen! Also, vielen Dank für eure Unterstützung! Den Daumen nach oben und bis morgen! Macht's gut! Ciao! Ciao! Ciao!